da bin ich wieder an seinem Bart und das Leben ist hart Oh Mann! Was war das denn? Warte, warte, jetzt! Ich will nicht, dass der Vogel sich durch den durchbohrt oder frisst oder sonst was, nur weil ich den jetzt rufe halt kann ich nicht kurz wo ist der Scheiß da? Da oben Ich will ja gucken, ob da jemand schon ist Oh Mann, 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 Mann Oh ja, tralalala Ja, er ist schon da Peppa! Guten Tag Ich will nur die Herzblumen fangen, danke Na, du sucht die Insekten-Spaß Hey Link, was für ein Zufall, dich hier zu treffen Der ist ja krank Ich bin in den Nebel geraten Was ist das hier? Insel? Scheiß, Insekten und so? Voll geil Willst du vielleicht Insektenjagd? Ich hab ein paar freigelassen Um es interessanter zu stellen, gibt es zwei Stufenanfänger und Experte Allerdings ist es nicht umsonst, ja klar Experte, bitte Oh, du denkst, du bist ein Experte, aber ich tue dich ausrauben, du Arsch Was, wenn du dich als flinker Fänger weißt, gibt es einen Preis, weiß ich Zehn Insekten aus acht verschiedenen Arten fangen Und los geht's Warum mach ich das eigentlich gerade? Ich kann's überhaupt nicht Ist das nicht schon das Erste? Was ist das? Doch, doch Komm her Eins Cool, darf ich die dann mal halten oder was? Weil der die so komisch nimmt So, hier hab ich doch schon eine Zikade gehört Irgendwo oben vielleicht oder so In was für einer Zeit muss das eigentlich sein, damit ich cool bin? Hätte ich noch fragen sollen, glaub ich So, zugemacht Oh, Mist, gar nicht gesehen Komm her, du Ach, du bist doch ein Arschloch Yeah Warte mal Zeit Scheiße, die Bälle gefangen So, dann, äh Mist geht Was macht man, wenn man einen umgebracht hat? Erklär mir mal die Regeln Zack Da ist ne Zikade Zählen diese scheiß Bienen da oben auch dazu? Wohl nicht Hast mich in Ruhe Ach! Gott schluss, zack, man Fange ich diese scheiß Arschlöcher eben, wenn die mich kaputt stechen wollen? Ja, Link.. Hätte ich auch gemacht Komm her, du Penner, die Schlauze Oh, 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 oh Brauch ich dich Brauch ich Danke Du 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 Geil, so, eine hab ich so selten oder? So, dann, auf der Liste steht noch äh Ja Vielleicht ne Ameise Hey, muss doch alles hoch halten Link So, dann zwei Grasfübbe. Oh, er hat gespawnt. Mann, er rollt mir davon mit seiner Scheiße. Flinke Scheiße. Ah! Mann! Oh, Mann! Wozu verfolge ich den hier? Ist er wieder da jetzt gleich? Ey, ich konnte gerade einfach nur katzen. Zwei brauch ich davon, ey. Mann, wie ätzend. Geh ich eben hier runter und hol noch... Das ist asozial. Glühwürmchen, geil. Aber meistens die Glühwürmchen. Das sind keine Würmer, die fliegen. So, was noch? Hau ab. Ich töte den Mistkäfer mal wieder. Oh! Meins. So. Warum töte ich immer das, was ich brauche? So, so einen brauche ich auch noch. Ja, mein Brummer. Der ist gestorben, weil er ans Wasser gefallen ist. Ich bin sowas von schlau. Ist der wieder da? Ey, Mann. Ich kann kotzen. Ich kann kotzen. Ich warte jetzt, bis er wieder da ist. Die Spawn ja alle, wie es aussieht. Monsterspawner. Ah, zwei brauch ich. Ja, dann kann ich jetzt schon dich holen, du Trattel. So, und endlich mal den ersten Mistkäfer. Wurde auch mal Zeit. Eldin Scarabius. So, dann noch einen und ein Schmetterling und den hier. Den da. Der hier ist wohl nicht. Aber jetzt gleich wahrscheinlich wieder. Oder bin ich blind? Da, warum? Da! Oh, Mann. Schlau Kopf. Und der Wand. So, bitte Spawn nochmal. Da kann ich grad hier das machen. Und dann brauch ich nur noch oben so ein Farschpapier. Das wird Schmetterling. So, jetzt ist das vor Fun und... Komm her. Jawohl. So. Hier noch Schmetterling. Don't hobby kill all this, ne? Gut, hier komm ich nicht mehr raus. Schöne Freizeitbeschäftigung. Ich komm da ja ins Nichts. Was soll denn das? Boah, hat er sich denn vorgestellt, jetzt viel wieder rauszugehen? Doch, hier oder was? Ja, ich bin nur zu dumm geworden. Super. Der Baumstamm bringt was? Das hier, ne? Ne, der bringt gar nichts. Genial. Bringt nichts. Ich hab ich schon... Ich hab nur ein Schmetterling. Wo ist ein Schmetterling? Da. Arsch. Endlich hab ich gewonnen. So, was gibt's jetzt dafür? 4,23. Fertig. Das waren alle nicht schlecht. Das muss ich zugeben. Merkt ihr gut, wo die nisten. Dann bist du beim nächsten Mal schneller. Unter 3. Dann krieg ich was. Okay, diesmal weiß ich's. Oh, oh, oh. Gut. Ich hab Lust gemacht. Dann mach ich's grad nochmal. Nur diesmal unter 3. Ja, gib mir die volle Expertenpackung, Mann. So, jetzt weiß ich ja wo ungefähr, was ist. Denn jetzt könnten ja auch andere Sachen kommen. Unter 3 Minuten. Das hat er eben doch nicht gesagt, oder? Sonst hätte ich jetzt... Egal. Also, was brauche ich? Bestimmt wieder so ein. Ne, diesmal nicht. Das heißt, einfach weitergehen. So, hier ist schon mal das erste Libelle. Die, wie er abhaut. Ich kann ausrasten. Ich hasse ihn. Also, nicht im Real Life. Hier. Die Wichser verpissen sich immer. Komm einfach her. Linkt. Guck die doch auch mal. An jetzt! Oh, Mann! Hier, geblieben jetzt. Nicht töten. Ey, wenn der Arsch jetzt... Der will mich ver... Was ist denn das für ein Mistkäfer? Der trollt mich. Oh, Mann, Link. Der verarscht mich. Der verarscht mich. Arschloch. So, Bienen auch nicht dabei. Aber die Gottesanbeterin da vorne wieder. Ameise, gut. Die habe ich nicht platt getreten. Perfekt. Die habe ich auch. So. Wo war die Gottesanbeterin? War die hier drin? Vielleicht ist die Töte. Ich habe sie gerade getötet, oder? Nein, gut. Die habe ich auch. So. Äh... Stikade. Wo war die jetzt nochmal? Am Baum hier, ne? Unter drei Minuten nach... Scheiße, ich habe voll die Zeit rum. Nicht abhauen. Perfekt, danke. So. Äh... Scheiße, leckt mich! Am... Ist ja das einfach nur Hurensinn, oder? Ich fange die Neune mit ins Maul halten. So. Hier ist dann auch direkt ein Schmetterling. Und noch eine Libelle. Brauche ich aber nicht, ne? Krass, die brauche ich. Der da unten spawnt. Und ein Mistkäfer. Da habe ich alles hier unten. Alles hier unten. Okay. Jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Äh... Erst du. So. Dann hau ab. Weg damit. So. Ohne umzuprobieren. Was macht Link da? So. Dann du. So. Perfekt. Und dann noch ein Krashüpfer. Dann habe ich schon alles. Geil! Unter drei Minuten, hoffe ich. Der soll schnell spawnen. Was war von? Na? Kommst du her? Ja. So. Bist schon wieder da, Krashüpfer. Na, dann warte ich noch. Oh, Mann. Muss nur unter drei Minuten sein. Der soll mich jetzt nicht trauen. Alter. Jetzt habe ich schon, jetzt habe ich schon Angst. Der ist wieder da. Gut, dann sind die jetzt auch wieder da, ne? Jawohl! Aus der Luft geficht. Unter drei Minuten. So fängt man Krashüpfer und Co. Auch wenn ich gar nicht auf Tiere stehe. Das waren alle. Hui. Ein echter Rekord. Du darfst nun so recht als zweitbester... Oh, klar, du Arsch. Unter zwei beim nächsten. Wissen. Was? Unter zwei ist dann der Ultirekord. Ja, dann probiere ich das jetzt doch direkt auch, oder? Ist ja immer schön lieb zu Insekten, versprichst. Nein, du Arsch! Unter zwei wird's sauschwer. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ich habe mir aber auch viel Zeit gelassen oben. Ich weiß. So. Direkt gucken, was ich brauche. Oh mein Gott. Und, ist das Vieh dabei? Nein, weiter. Geil, Link. Verschwende meine Zeit, du Arschloch. Mann, was machst du denn? Halt. Blödl, die Bälle brauche ich auch wieder. Das Kackvieh hat mir Zeit gestohlen. So. Betrollst mich nicht. Gut. Zikade. Auch dabei, ja. So. Dann. Gottserbeterin. Ja, auch dabei sehe ich gerade die Ameise wieder. Sind die eben selben von eben. So gut, kann man sich das... So. Merkt. Mann, lass dir nicht so viel Zeit, Link. Link. So. Dann jetzt hier schnell runter. Äh, Schmetterling schnell. So. Dann der Shit hier unten. Ähm. So, das hier. Komm her, Mann. Ähm. Schnell, geh auf. Oh Mann, weg da. Komm her. So, die Zeit ist noch gut, oder? Was sagt ihr so persönlich? Ich finde ihn noch gut. Jetzt musst du ja nur noch spawnen. Das müsste ja gehen unter zwei Minuten, wa? Shit, der soll mich jetzt nicht verarschen, Mann. Bitte. Bitte. Völlig schöne Insel, oder? So, alles voller Insekten und so. Ich meine. Nur das Teil muss jetzt spawnen, dann kann ich da rein, eigentlich. Oh Mann, oh Mann, die Zeit. Alter. Krass Hüpfer. Tod, mir egal. Krass Hüpfer. Ja, komm her, komm her. Jawohl. Alter, schneller geht's aber nicht. Was ein Scheiß. Mann, oh. Fertig, das waren alle. Ah, aber das ist unglaublich. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass du der Beste bist. Ja. Und als Belohnung dafür gibt's von mir fünf Insekten, und zwar ganz besonders selten Exemplare. Will der mich verarschen? Egal. So, damit hätte ich das hier auch schon mal erledigt. Und sei immer schön lieb zu Insekten, versprich mir das. Nein. Arsch. Immer noch nicht, ich werd's immer verneinen. Mann, oh, blöder Fick-Typ. Döp, 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 döp. Voll, ich bin aber nett zu dem, der schägt mir Insekten. Weißt du, voll selten Exemplare. Die Dinger rollen scheiße in der Gegend. Die fabrizieren Shit. Geil, die Kackfresse von dem ist es jetzt. Muuu. Da-da-da-da-da-da. Ach, voll verschluckt. Na, ach, da seh ich schon. Tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu. So. Na, Sidequest ist doch auch ganz schön. Ich mein, gehört ja dazu, ne? Ich mach ja alles. Das komplette Spiel. Jeden kleinsten Shit, den ihr entwickelt habt. Und du nicht mal. Like a boss. Hau ab. Oh, er kann do it. Obwohl auf Japan nicht gemacht wurde. Nein. Ich weiß. So, Link. Wow, das hing mal nicht. Sonst fliegt er immer so komisch da rum und will nicht durch rein, was auch immer. Ich weiß nicht, was man dazu sagt. Kürbis und so. Das ist mein nächster Punkt. Und da hab ich nämlich was vergessen, ne? Kann ich ja jetzt direkt erledigen, wa? Sonst komm ich da ja auch nicht mehr hin, weil ich nix mehr brauchte. Tudu-tudu-tudu. Jawoll. Tornado, man. Hey, Storm, wie geht's dir? Scheiße, war mir schlecht. Oh, mrrrrr. Ein Kotzner-Tornado wäre auch mal nicht schlecht. Ja, ein Kotzner-Kornado. Hey, Kotzner-Kornado. Auf mich zu beleidigen. Voll krank. Blalalalalala. Blalalala. Ich will Speed. Nicht die Droge. Sondern das, was man hier so im Stein rumfliegen sieht. Bomb! Ich dachte eigentlich, ich hab Puh-Ein voll ab. Warum ist mein Hals so fett? Guck mal, wenn ich in die Lage gehe. Das ist der Ball. Ich hab nichts zu sagen. Und Hepper und Landen und alles ist schön. Hinten durchgelaufen. Hallo, Freunde, die mich Agro angucken wegen dem neuen Kronleuchter. Geil. Siehste? Link hat was geschafft und da ist schon das Resultat. Wunderschön. So, ihr alten Penner. Dam, 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 dam. Ich muss ja nochmal sleepen, wa? Bis nachts, denn ich hab hier Wort vergessen. So dämlich, weil ich letztens als hier war gesagt habe. Folgende Worte. Da ist er jetzt hier. In mir kann ich das alles schon erledigen. Scheiße, was? Ich hab's verkackt. Muss ich eh nochmal hier hin dafür. Nein, ich will gar nicht mit so einem Wichser reden. Ist schön, dass du immer nachts hier kommst, du siehst du auch raus. Ja, genau dafür bin ich jetzt nochmal hier. Hier, der Typ da hinten, der kriegt auch keinen Schlaf, oder? Muss wieder angezeigt werden, natürlich. Oh, 40, genau. Der hier. Mittags ist er in der, im Bazar und nachts hier. Was ist los? Hast du kein Leben? Musst du links docken? Voll fertig vom Joggen. Bis kurz. Werd uns, äh, lieb. So, Link schläft ne Runde und ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen. Tschüss.